Sie musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der mutmaßliche Täter stand der Polizei auf. Es gab einen Streit einem Wohngebiet in Grüt im Gemeindegebiet Gossau. Wie die Kantonalpolizei Zürich sagte, der Streit fand an verschiedenen Orten statt, sagte ein Mediensprecher auf Antrag der Nachrichtenagentur Kieston SDA. Ebenfalls beteiligt war ein 59-jähriger Mann, der verletzt und mit Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren wurde. Der 33-jährige mutmaßliche Täter stand kurz später in der Polizeistation. Die drei Personen, alle Schweizer Bürger, waren sich gegenseitig bekannt, sagte der Sprecher. Der Verbrechen und der Grund für den Streit sind die Gegenstand der Klarstellungen.